Vielen Dank für die Einladung. Es ist der Schaden, wieder in Bosn zu sein. Ich fühle mich nicht wie zu Hause. Leider spreche ich kein Deutsch und werde auf Italienisch fortfahren. Ich habe esauriert mein Italien. Es ist ein Schaden. Ich versuche aber, dass ich wenigstens von dem, was ich gesagt habe, in tedesisch. Ich muss ehrlich sein.